Vom Winde verweht, auf die Temperaturen von 30 Grad bis runter 18 Grad oder noch weniger. Marburg der Nacht, das Marburger Stadtheben, vom Winde verweht. Tja, das nennt man Sturm. Treitungen in den Enden. Spuren im Herbst, sehr interessant. Und? Was ist das? Spuren im Herbst. Spuren im Herbst. Spuren im Herbst. Spuren im Herbst. Marburg ist eine Nacht. Das Marburger Leben vom Wind ist verweht. Vom Winde verweht auf die Temperaturen 30 Grad bis runter 18 Grad oder noch weniger. Schöne Fahr, man muss Erfindere gestalten, Ideen haben, komm, mach Männchen, komm, siehste, schön, siehste, jetzt will sie Bier. Ja, das ist Marburger Nachtwege und Winde verweht.